Meine sehr geehrten Damen und Herren, ein Blick auf die internationale politische Entwicklung macht deutlich. Demokratien befinden sich in einer Legitimationskrise. Populisten können erstaunliche Wahlerfolge verbuchen. Doch woran liegt das? Antworten auf diese Fragen haben verschiedene Sozialwissenschaftler zu geben versucht. Einige führen eine kulturelle Deutung dafür an. Reagiere man doch so auf gesellschaftliche Liberalisierungsprozesse? Eine andere Erklärung ist sozioökonomisch orientiert. Sie verweist auf die ansteigende soziale Ungleichheit. Doch stellt sich die Frage, ob diese Ansätze nicht zu kurz greifen. Im Rahmen einer erweiterten Perspektive sieht Professor Michael Zürn vom WZB in Berlin, unser heutiger Gast, eine doppelte Entfremdung. Einerseits, wenn sich die realen Entscheidungsverfahren vom Modell der parlamentarischen Demokratie wegentwickeln und andererseits viele Bürgerinnen und Bürger sich von demokratischen politischen Systemen abwenden. Die Folgen, gesellschaftliche Spannungen wachsen und das Vertrauen in die Demokratie geht zusehends verloren. Und genau das machen sich autoritärpopulistische Kräfte zu nutzen, wenn sie den Anspruch erheben, schlecht repräsentierten Gruppen eine Stimme zu geben. Der Populismus, sagt Michael Zürn, profitiert von realen Problemen der Demokratie, ohne zu ihrer Lösung viel beizutragen. In seinem Vortrag wird er sich eben dieser Problemstellung annehmen. Ich darf nun noch unseren Referenten kurz vorstellen. Michael Zürn ist Direktor am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, WZB und Professor für internationale Beziehungen an der Freien Universität in Berlin. Der Politikwissenschaftler forscht unter anderem zu neuen gesellschaftlichen Konfliktlinien und dem weltweiten Erstarken des autoritären Rechtspopulismus, um den es heute Abend auch hier geht. Herzlich Willkommen. Ein herzliches Dankeschön für die Möglichkeit hier zu sein, für die Einladung. Ein herzliches Dankeschön für die schöne Einleitung. Ich habe mir, als ich hier ankam am Bahnhof, überlegt, wann ich eigentlich das letzte Mal in Saarbrücken war. Es war schon vor geraumer Zeit, es gab damals private Gründe und ich fand eigentlich die Gegend schon immer so attraktiv, dass ich es jetzt einfach schön finde, heute mal wieder hier zu sein. Herzlichen Dank auch für Ihr Kommen. Das Thema ist wunderbar anmoderiert werden. Wie gesagt, es ist schön, dass ich wieder hier bin. Weniger schön ist dann vielleicht diese erste Grafik, mit der ich einsteigen möchte. Was sie macht, ist im Prinzip nachzuzeichnen, wie sich die Anzahl der Demokratien in der Welt, beziehungsweise der relative Anteil von demokratischen Staaten an allen Staaten in der Welt entwickelt hat. Links ist die absolute Anzahl, rechts ist der Prozentsatz von demokratischen Staaten in der Welt. Und was sie sehen, ist natürlich zunächst einmal, dass der Optimismus, der in den 1990er Jahren eine solche Bedeutung hatte, so dass manche vom Ende der Geschichte und vom endgültigen Sieg der Demokratie gesprochen haben, dass das durchaus ja seine Berechtigung, seine empirische Fundierung hatte. Denn diese Grafik zeigt, dass wir im Prinzip seit 1940 über 70 Jahre hinweg einen dramatisch steilen Anstieg der Demokratien, der Anzahl der Demokratien und des Anteils von demokratischen Staaten in der Welt beobachten konnten. Also von 1940 ab ging es nach oben, ganz steil dann in den 1990er Jahren bis eben in die 2000er Jahre hinein. Und dort gibt es nun plötzlich einen Knick, den Sie hier oben sehen. Auf den ersten Blick kann man nun sagen, naja, was soll es, man muss da nun auch nicht gleich nervös werden, deswegen das ist doch nur eine kleine Delle. Allerdings, das endet jetzt 2019 diese Zahlen, wenn man sie weiterführt, geht es eher weiter nach unten, erstens. Und zweitens sehen Sie dann auch, wenn Sie das mit hier vergleichen, das sind die 1930er Jahre, das ist gar nicht so großartig anders als die 1930er Jahre. Also, muss ich sagen, der Rückgang ist schon in der Tendenz ernst zu nehmen und noch nicht auf dem Level prozentual gesehen, wie die 1930er Jahre aber als solches sehr ernst zu nehmen. Der Wendepunkt ist im Jahre 2001 hier. Das ist jetzt natürlich irgendwie Zufall und Artefakt, aber 2001 kann man schon als einen symbolischen Wendepunkt für den Aufstieg der Demokratie, für den Siegeszug der Demokratie sehen. Im Jahre 2001 fanden innerhalb von sechs Wochen zwei Dinge statt. Das erste ist bekannt, ist das Dramatische. Wir kennen alle noch die Bilder vom Zusammenbruch der Twin Towers in New York, dieser Anschlag, der als solches natürlich noch kein Problem für die Demokratie darstellte. Das Problem für die Demokratie stellte dann vor allem, das muss man glaube ich in dieser Deutlichkeit sagen, die amerikanische Reaktion auf diesen Anschlag dar, der eben die Glaubwürdigkeit der Demokratie im globalen Süden nachhaltigst geschwächt hat. Insbesondere dann der Angriff auf Irak. Insofern 2001 ein wichtiges Datum, aber es kommt noch etwas anderes dazu, was in der historischen Tiefenwirkung vielleicht noch bedeutsamer ist. Ein gewisser, also für das erste steht dann George W. Bush Jr., für das zweite ein gewisser James McNeil, zu der Zeit im Vorstand von Goldman Sachs. Und dieser Mensch hat im Jahre 2001, ich weiß nicht mehr genau, ob vier Wochen vor oder vier Wochen nach dem Anschlag auf die Twin Towers, den Begriff der BRICS geprägt. BRICS steht ja für Brasilien, Russland, Indien, China, später noch mit dem S mit dran, dann Südafrika. Und die Prägung des Begriffes ist als solches noch nicht natürlich so entscheidend. Aber entscheidend ist, dass er diesen Begriff geprägt hat, weil er an der Stelle vehemente Prognosen über den enormen Wachstum, über das enorme Wachstum von aufsteigenden Ökonomien gemacht hat. Das ist etwas, was dann ab der 2000er Jahre ein Bewusstsein dafür entstanden ist. Nee, die Wachstumszentren der Weltwirtschaft liegen nicht mehr im Westen. Sie liegen in Asien insbesondere. Sie liegen teilweise auch in Lateinamerika. Und damals hoffte man auch noch, das ist teilweise auch enttäuscht worden, in Afrika. Und damit bin ich, glaube ich, auch schon bei einer allerersten Hintergrundbedingung, jetzt nicht für den Aufstieg des autoritären Populismus, sondern zunächst einmal für den Rückgang der Demokratie. Und diese Hintergrundbedingungen möchte ich in einem zweiten Bild deutlich machen. Das ist die sogenannte Elefantenkurve. Elefantenkurve, weil sie eine gewisse, mit einer gewissen Maß an Fantasie kann man ein Elefant erkennen. Also hinten ist der Schwanz, der nach unten hängt, dann geht der Rücken steil nach oben, dann noch ein bisschen steiler am Kopf und dann geht es wieder stark nach unten und der Rüssel geht eben nach oben und trompetet in die Welt hinein. Aber was bildet diese Elefantenkurve ab? Sie bildet ab das Wachstum, den Einkommenszuwachs, das Wachstum an Einkommen, den Einkommenszuwachs in der Welt, in der Weltgesellschaft. Und ganz links sehen Sie die aller, aller Ernsten. Das sind die Menschen vor allem in Afrika, die unter einem Dollar pro Tag verdienen. Ganz rechts sehen Sie die super, super Reichen, die am allermeisten verdienen. Und zwar jetzt nicht innerhalb einer nationalen Gesellschaft, wo wir solche Einkommensstatistiken ja alle kennen, sondern im Weltmaßstab. Und im Weltmaßstab geht es jetzt hier um den Zuwachs, den die Bevölkerung in der Welt zwischen 1988 und 2008 hatten. Und wir sehen ganz links, wie ich schon sagte, die allerärmsten in der Welt sind die allerärmsten der Welt geblieben und sind im Prinzip noch ärmer geworden, weil sie in diesen 20 Jahren überhaupt keinen Zuwachs hatten. Die allerärmsten in Afrika sind sozusagen gleich arm geblieben. Dann gibt es aber in weiten Teilen des globalen Südens einen enormen Anstieg an relativem Einkommen. Und da, wo es dann ganz oben ist und auf die 80 Prozent hinweist, dort reden wir de facto über das, was man heute den Mittelstand in China betrachtet. Das ist im Kern inzwischen der Mittelstand in der Welt und dort haben wir dramatisch hohe Wachstumsraten. Dann geht das Ganze aber wieder nach unten. Und wenn wir sozusagen den Teil des Drüssels anschauen, der da im Schlamm suhlt, dann ist das ungefähr die untere Mittelschicht und die Mittelschicht in den reichen westlichen Demokratien, die auch immer noch reicher sind wie der Mittelstand in China, immer noch höhere Einkommen haben, aber natürlich in diesen letzten 20 Jahren überhaupt keinen Zuwachs hatten. Genauso wie die allerärmsten in Afrika. Und dann geht es wieder steil nach oben, inzwischen noch steiler, weil die Superreichen eben auch in den westlichen Demokratien enorme Einkommenszuwächse hatten. Und wenn wir über die Superreichen reden, man muss sich das auch immer klar machen, wir reden da nicht über die oberen 10 Prozent oder oberen 5 Prozent in unserer Gesellschaft. Wir reden im Kern schon über die oberen 0,5 Prozent oder 0,8 Prozent. Das ist eine eigentlich schon erstaunlich kleine Gruppe. Jedenfalls hat dieser Elefant zwei Merkmale. Das eine ist ein moralischer Skandal. Die Allerärmsten haben nichts dazu bekommen, die Superreichen haben ähnlich hohe Wachstumsraten wie der Mittelstand in China. Das ist natürlich moralisch nicht vertretbar. Nach jeder Gerechtigkeitstheorie ist Ungleichheit nur dann sozusagen zu rechtfertigen, wenn die Allerärmsten von der Ungleichheit auch was haben. Das ist hier nicht der Fall. Es steckt aber auch noch ein politisches Problem hinter dieser Angelegenheit. Und das politische Problem ist das, was uns sozusagen heute Abend im Kern am meisten beschäftigt. Nämlich, wir haben in einem autoritären Staat für den Mittelstand enorme Zuwachsraten an Einkommen und wir haben in den demokratischen Staaten im Mittelstand keinen Zuwachs. Das sind diese beiden Punkte. Das sind nicht die beiden Endpunkte, sondern der oberste Mittelpunkt und der unterste Mittelpunkt. Das ist das politische Problem für die Demokratie, weil in gewisser Weise, vielleicht überdrehe ich jetzt etwas und überzeichne ich etwas, aber eigentlich nein, eigentlich ist es so. Spätestens seit der industriellen Revolution war eingeschrieben in das Weltdenken. Wenn du einen guten Lebensstandard haben willst, wenn du in einer Welt leben willst, wo du konsumieren kannst, wenn du in einer Welt leben willst, wo es deine Kinder besser haben, werden als du selbst, dann musst du in einer Demokratie leben. In einer liberalen Demokratie im Westen. Genau dieser Kernsatz, der sozusagen weltweit galt über 150 Jahre, der ist durch diese Statistik hier plötzlich in Frage gestellt und durch die Erfahrungen, die wir mit den letzten 30 Jahren mit der Globalisierung hatten. Die Globalisierung wird hier gerne natürlich oft um diese Zahl schlecht geredet. Sie hat natürlich auch ein enormes Wachstum, ein enormes Wachstum in dem globalen Süden hergestellt. Enorm viele Menschen aus der absoluten Armut im globalen Süden gebracht. Es sind über 300 Millionen Chinesen, die aus der absoluten Armut in diesen 20 oder 25 Jahren gekommen sind. Eine enorme Zahl. Das darf man alles nicht unterschätzen, aber es führt eben dazu, dass viele Leute sagen, naja, also die in diesem autoritären China, die kriegen das doch alles viel besser hin, als wir im Westen in unseren Demokratien, wo keine Entscheidungen getroffen werden, die Probleme immer größer werden, etc. Das Problem für die Demokratie sind also diese beiden Punkte. Jetzt ist der Rückgang der Demokratie, über den ich ganz zu Beginn gesprochen habe, in der ersten Grafik, der ist natürlich jetzt nicht auf ein Phänomen zurückzuführen. Es gibt mehrere Entwicklungen, die zur Sprechung der Demokratie beitragen. Das eine habe ich gerade gesprochen, das ist die relative Stärkung eines technokratischen Autoritarismus, für den ein Land wie China steht. Wir haben natürlich auch nach wie vor, auch in dieser Zeit, seit den frühen 2000er Jahren, Demokratien, die, um es jetzt mal so militärisch zu formulieren, an den theokratischen, an den religiösen Fundamentalismus verloren gegangen sind. Auch das spiegelt sich in dieser Eingangsgrafik wieder. Aber wir haben als drittes natürlich auch den Aufstieg der autoritären Populisten. Das sind sozusagen die drei wichtigsten Elemente in der Geschichte. Wenn man so will, kann man noch dazu anführen, und dass es natürlich immer noch klassische alte Militärdiktaturen gibt und wieder gibt, wie jetzt beispielsweise in Myanmar, wo es eine solche Militärdiktatur mal wieder an die Macht geschafft hat, aber vermutlich auch nicht allzu lange. Also, das sind sozusagen die unterschiedlichen Angriffspunkte oder Elemente von politischen Systemen und Ideologien, die die Demokratie angreifen. Mein Punkt, weshalb ich das mache, ist, um zu argumentieren, um zu zeigen, dass für diesen anfänglichen Knick in der Entwicklung der Demokratie, den ich gezeigt habe, schon der Aufstieg des autoritären Populismus der Haupttreiber ist. China ist wichtig. China ist wichtig im Sinne der, Sie haben den Begriff der Legitimationskrise verwendet, im Sinne der Delegitimierung. Aber sozusagen für die Statistik, die ich anfänglich gezeigt habe, da geht es vor allem um die Länder, in denen autoritäre, autoritärpopulistische Parteien, autoritärpopulistische Bewegungen die Macht ergriffen haben. Nicht wie bei uns, dass sie irgendwie mit 15 bis 20 Prozent im Parlament sind, sondern es gibt eben die Fälle, in denen sie an die Regierung gekommen sind. Und das sind die berühmten, oder es sind nur die acht Fälle davon, da gibt es deutlich mehr, aber das sind die, die wir natürlich alle kennen, die bekanntesten. Das ist Brasilien mit Bolsonaro, das ist dann Ungarn mit Orban, das ist Indien mit Modi, das ist Polen mit der Pischpartei und Kaczynski, das ist Russland, wenn man so will, ist Putin mit der früheste autoritäre Populist, der eben Anfang der 2000er Jahre an die Macht gekommen ist, in freien Wahlen damals. Erdogan in der Türkei ist die sechste Position hier, dann natürlich die vier Jahre USA, Trump nicht zu vergessen oder noch Venezuela mit Chavez und Maduro. Das sind wahrscheinlich die acht bekanntesten und berühmtesten. Die schwarzen Punkte sind die Jahre, in denen ein autoritärer Populist regiert hat. Und Sie sehen, immer dann gehen die Demokratiewerte, ich nutze hier Daten von einem Göteburger Institut, die sogenannten Wiedem-Daten, immer dann gehen die Demokratiewerte dramatisch nach unten, deutlich nach unten. Und ein Großteil dieser Delle in der Gesamtanzahl der Demokratien, die wir seit 2001 sehen, gehen im Prinzip auf diese Erfolge der autoritären Populisten zurück. Denn wenn sie an der Macht sind, vor allem wenn sie alleine an der Macht sind, dann schrauben sie an der Demokratie. Dann versuchen sie mit verschiedenen Mitteln, die Demokratie zu schwächen. Dazu gehört natürlich die Schwächung der Gewaltenteilung, in dem die Judikative angegriffen wird. Dazu gehört der Versuch, die Medien zu kontrollieren, indem entweder über Privat der Medienkontrolle erlangt wird oder gar die Medienfreiheit eingeschränkt wird. Und schließlich und endlich im Ausbauzustand, im Vollausbauzustand, wird dann auch an die Opposition Hand angelegt und die Opposition wird zunehmend unterdrückt, bis man dann irgendwann überhaupt nicht mehr von freien Wahlen ersprechen kann. Populisten behalten immer Wahlen bei. Sie schaffen die Wahlen nicht ab, denn ihre Legitimationsfigur ist die Mehrheit. Aber die Wahlen verlieren ihre Bedeutung, weil sie immer weniger freie Wahlen sind, weil diese drei Elemente von Wahlen, die wichtig sind, nicht mehr stattfinden. Also, der autoritäre Populismus in der Regierung an der Macht ist die treibende Kraft für den Rückgang der Demokratie. Jetzt bleibt die Frage, und das ist ja jetzt meine Aufgabe, was ist der Grund für den Aufstieg des autoritären Populismus? Der autoritäre Populismus mag zwar der Grund für den Rückgang der Demokratie sein, das beantwortet aber noch nicht die Frage, was eigentlich der Grund für den autoritären Populismus ist. Und um das jetzt etwas zu beleuchten, will ich erstmal nochmal anfangen, was ich meine, wenn ich von autoritärem Populismus rede. Weil das ist, es gibt zumindest einen ganz gewichtigen Strang in der politikwissenschaftlichen und soziologischen Literatur, die sagen, nee, Populismus ist nicht per se autoritär. Populismus ist im Prinzip ein sehr offenes Konzept. Das ist eine dünne Ideologie, wie dort gesagt wird, die im Prinzip nur ein Merkmal hat. Sie baut diesen Gegensatz zwischen einer homogen gedachten korrupten Elite und einem gleichfalls homogen gedachten Bild des Volkes, der einfachen Leute auf. In dieser Vorstellung vom dünnen autoritären Populismus beschränkt sich der Populismus letztendlich darauf. Und deswegen muss er so die Argumentation Verbindungen eingehen mit echten Ideologien. Die dünne Ideologie braucht eine, wie es dort genannt wird, eine Host, eine Gastgeberideologie. Und das kann links und rechts sein. Das können rechtspopulistische Parteien sein und linkspopulistische. Und deswegen bezeichnet man dann Leute wie Bernie Sanders ebenfalls als Populisten, gleich als Linkspopulist und Donald Trump als Rechtspopulist. Und wenn man es dann ganz extrem treiben will, vielleicht noch Macron auch noch als Zentrumspopulist. Das ist also eine Vorstellung von Populismus. Das ist eine dünne Ideologie, die im Prinzip nur durch den Gegensatz zwischen einfachen Leuten und der korrupten Elite geprägt ist und von daher sich mit verschiedenen grundlegenderen Ideologien verbinden kann. Und wenn man es dann so sieht, dann kann man auch vollends fertig argumentieren, wie es manche Sozialtheoretiker wie Chantal Mouff der Tradition von Karl Schmitt und anderen tun, der Rechtspopulismus gefährdet die Demokratie, der Linkspopulismus ist gut für die Demokratie. Das ist eine Position. Ich finde diese Position etwas problematisch, weil schon alleine durch die Gegenüberstellung von korrupter Elite und einfachen Leuten im Prinzip häufig mehr drinsteckt. Aber vor allem, um jetzt von vorne anzufangen, weil es, um in der medizinischen Sprache zu sprechen, dann so viele falsche Positive gibt. Ich meine, wollen wir wirklich argumentieren, dass die Demonstrierenden in Leipzig, die Wir sind das Volk hochgehalten haben, Populisten sind? Das ist die Konsequenz, wenn man eine Auffassung vom dünnen Populismus hat. Karl Liebknecht hat 1914 flammende Reden gehalten über die korrupte Militärelide, die das Land dominiert und uns in den Krieg treibt und die einfachen Leute sollen dagegen aufstehen. War das Populismus? Man kann es als Populismus bezeichnen. Das Problem ist allerdings dann, dann wird es ein verdammt weiter Begriff, weil es abstrahiert von dem, was eigentlich als korrupte Elite bezeichnet wird. Es ist halt ein Unterschied, ob man sozusagen in einem pluralistischen, doch halbwegs demokratischen politischen System sagt, die sind alle korrupt, ganz gleich wer es ist, oder ob man zu einem autoritären System diesen Gegensatz aufbaut. Also zu viele falsche Positive. Aber mein Hauptproblem ist, man kann das so machen, aber man greift dann im Prinzip an dem Problem unserer Zeit vorbei, weil das Problem unserer Zeit ist das, was ich gerne als autoritären Populismus bezeichnen würde. Ja, es gab zwischen 2005 und 2008 in insbesondere Südeuropa, in Griechenland, in Spanien, auch mit heute Podemos, Gruppierungen, die gegen die Finanzkrise aufgetreten sind und dann natürlich auch Bezug auf die Leiden der eigenen Bevölkerung genommen haben. Und ja, Bernie Sanders hat auch immer wieder mal gegen das Establishment in Washington polemisiert. Aber trotzdem bleibt natürlich die Frage, sind das wirklich Populisten? Und wenn man die nicht dazu nimmt, diese wenigen, die jetzt auch an Bedeutung verloren, schon längst wieder an Bedeutung verloren haben, weil eben die Finanzkrise an Bedeutung verloren hat, sie waren diese linken Protestbewegungen, waren unmittelbare Reaktionen auf die Finanzkrise und die Bearbeitung der Finanzkrise. Wenn man deren Schwächungen mit in den Blick nimmt, dann sehen wir natürlich heute, wenn wir über Populisten reden, reden wir fast immer über die, die dann von dieser Theorie als rechte Populisten bezeichnet wird. Aber es sind ja nicht nur rechte Populisten. Auch linke Populisten können autoritär sein. Ich habe Chavez und Maduro genannt. Das sind natürlich eindeutig autoritäre Tendenzen, die eindeutig gepaart sind mit einer linken Rhetorik. Ich will jetzt hier keinen Streit provozieren, aber ich würde argumentieren, dass Mélenchon durchaus stark autoritär-populistische Elemente in sich trägt und man kann die Diskussion auch mit Blick auf Frau Wagen nicht betreiben. Ich will damit nicht sagen, don't get me wrong, dass Podemos oder auch Syriza in Griechenland autoritäre Populisten sind. Das würde ich genau nicht sagen. Von alledem, was sie bisher gemacht haben, gibt es überhaupt keine Anzeichen dafür. Ich will nur sagen, der Populismus, der autoritäre Populismus kann auch wirtschaftspolitisch linke Positionen annehmen und in einer sozialistischen Rhetorik daherkommen. Aber dann bleibt ja immer noch ein autoritärer Populismus. Hintergrund dieser Argumentation ist, auch das wurde in der schönen Einleitung angesprochen, die Überzeugung, dass wir heute zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr in einem politischen Raum leben, der sich sinnvollerweise als einer aufteilen lässt oder abtragen lässt auf einer Linie zwischen links und rechts. Das ist etwas, was das 20. Jahrhundert geprägt hat. Mit dem Aufkommen des Industriekapitalismus ist die Politik ganz, ganz stark geprägt worden durch den Gegensatz von Kapital und Arbeit, von Sozialismus und Liberalismus, von Arbeiterparteien und bürgerlichen Parteien. Wir konnten immer alles irgendwie verorten auf zwischen ganz links und ganz rechts und allem dem, was dazwischen ist. Genau das scheint mir heute einfach nicht mehr der Fall zu sein, weil wir als Folge der Globalisierung im Kern, die eine ähnliche gesellschaftliche Veränderungskraft ausgelöst hat, eine ähnliche gesellschaftliche Revolution war wie die Industrialisierung, dass diese Globalisierung eine neue, eine zweite Konfliktlinie in die Gesellschaft eingetragen hat und wir insofern inzwischen in einem zweidimensionalen politischen Raum leben. Genauso wie wir sozusagen die alte Konfliktlinie sagen, sozialstrukturell war das Kapital gegen Arbeit, dann gab es Ideologien, die sie in gewisser Weise auf den Punkt gebracht haben, diesen Gegensatz, das war dann Sozialismus und Liberalismus und es gab dann Parteien, die diese Ideologien in gewisser Weise verkörpert haben, also auf der einen Seite die sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien und auf der anderen Seite die bürgerlichen und die liberalen Parteien oder die konservativen Parteien und die liberalen Parteien, die dann zusammen die bürgerlichen Parteien waren. Genauso kann man sagen, sehen wir eine ähnliche Entwicklung in unserer Gesellschaft heute in der zweiten Konfliktlinie. Wie gesagt, der sozialstrukturelle Gegensatz ist Globalisierungsgewinner und Globalisierungsverlierer, das geht mitten durch unsere Gesellschaft in gewisser Weise. Die Ideologie kann man als eine prinzipiell offene, wenn man so will, eine kosmopolitische sehen, die für offene Grenzen sind, die dafür sind, dass wir sozusagen auch weltweit Verantwortung zu übernehmen haben, die universelle Rechte annehmen und sagen, dass Politik nicht an den nationalen Grenzen endet und von daher auch für europäische und für internationale Institutionen sind. Das ist eine Gruppe. In Deutschland steht dafür in gewisser Weise die grüne Partei. Und auf der anderen Seite, dieser anderen neuen Konfliktlinie, haben wir eine Ideologie, die eher an geschlossene Grenzen glaubt. Die sagt, nee, Rechte sind etwas politisch Konstruiertes, das ist sozusagen getrieben durch ein entsprechendes Gemeinschaftsgefühl, die sind nicht universell gegeben. Und wir brauchen uns auch nicht um das kümmern, was jenseits unserer eigenen Grenzen stattfindet. Und deswegen sind all diese europäischen und internationalen Institutionen auch des Teufels Zeugs, weil sie letztendlich nur den Menschen vorschreiben durch irgendwelche Bürokraten, was sie tun sollen. Also hier haben wir diesen Gegensatz und in Deutschland steht natürlich auf der anderen Seite hier die AfD. Und wenn man so will, wenn man es ganz provokativ fassen will, leben wir ja zumindest hierzulande, wo wir ein Mehrheitswahlsystem, kein Mehrheitswahlsystem haben, sondern ein Proportionalwahlsystem haben, leben wir ja eigentlich schon in einer Gesellschaft, wo wir grob viermal 25 Prozent haben. Wir haben auf der linken Seite, wenn man die Sozialdemokratie und Teile der Linken nimmt, 25 Prozent, wir haben auf der rechten Seite, wenn man die bürgerlichen Teile der CDU nimmt, plus die Liberalen, wahrscheinlich immer noch etwas mehr als die 25 Prozent, aber auch nicht viel mehr. Wir haben die Grünen, wo man durchaus vielleicht Teile der CDU dazunehmen kann, im Sinne ihrer kosmopolitischen Orientierung bei circa 25 Prozent und wenn wir sozusagen den autoritären Teil der Linken mit den der AfD zusammennehmen, das, was Wagenknecht ja jetzt versucht als Partei zu konstruieren, dann haben wir auch irgendwo ein Potenzial um die 20 bis 25 Prozent. Deswegen die Rede vom zweidimensionalen politischen Raum und in diesem zweidimensionalen politischen Raum sozusagen nimmt der autoritäre Populismus eben einen Pol ein. Den Gegenpol zu den Kosmopoliten in der zweiten Dimension. Und deswegen so die Argumentation ist der autoritäre Populismus und anders gesagt der Populismus, mit dem wir es heute zu tun haben, ganz einfach, einer, der eben keine dünne Ideologie ist, weil er eine ganze Liste von Merkmalen aufweist, die immer zusammen auftreten bei all diesen Parteien, bei Orban, bei Kaczynski, bei Trump, bei der AfD, bei Le Pen und ein Stück weit auch bei manchen autoritären Populisten auf der linken Seite. Er ist antipluralistisch, weil er dieser autoritäre Populismus eine stark homogene Volksvorstellung hat, immer durch die Gegenüberstellung von korrupter Elite und den einfachen Leuten wird im Prinzip die Gesellschaft homogenisiert, es wird so getan, als gäbe es einen Mehrheitswillen, der klar ist und das ist sozusagen eine Gruppe und die, die anders sind, die gehören eben nicht dazu, daraus leitet sich natürlich auch die Ablehnung, also sozusagen, wenn man die AfD-Wählerinnen und Wähler fragen würde, gehört Kreuzberg zu Deutschland, wäre die Antwort ganz klar, nein. Genau aus dem Grunde, weil eben sozusagen das, was nicht in dieses Bild der homogenen Volksvorstellung passt, wird im Prinzip als extern definiert und das ist natürlich auch ein Kern der Migrationspolitik und der Politik gegenüber Ausländerinnen und Ausländern, die wir an der Stelle sehen. Das zweite ist nationalistisch, politische Gemeinschaften enden einfach an nationalen Grenzen und insofern gibt es keine Verantwortung gegenüber Menschen, die außerhalb dieser Grenzen leben. Ich meine, es ist wahrscheinlich, ich brauche nicht zu verheimlichen, auf welcher Seite ich da jetzt stehen würde bei dieser zweiten Konfliktlinie. Es ist dann natürlich auch der Punkt an der Stelle, dass man sagt, die Globalisierung gibt es gar nicht, denn wer sozusagen anerkennt, dass es die Globalisierung gibt, der wird auch anerkennen müssen, dass viele unserer Entscheidungen, die wir hier treffen, Effekte außerhalb unserer nationalen Grenzen hat, etwa bei der Klimapolitik. Ich meine, diese armen Menschen, die auf den Pazifischen Inseln leben, die jetzt nicht mehr da sind, die hatten ja gar keine Möglichkeit, bei unserer Klimapolitik mitzubestimmen. Also insofern ist das Argument, im Zuge der Globalisierung ist die Trendschärfe von nationalen Grenzen dramatisch zurückgegangen. Das wird auf der einen Seite im Prinzip geleugnet und versucht, mit einer Renationalisierung zu begegnen und auf der anderen Seite wird gesagt, nee, wir haben eine kosmopolitische Verantwortung. Am Rande nur, am Rande nur. Auf den ersten Blick ist ja sozusagen die Polarisierung, die wir zurzeit in Deutschland hinsichtlich der Frage des Ukraine-Krieges haben, hat auf den ersten Blick ja sehr, sehr wenig mit Globalisierungsgewinnern und Globalisierungsverlierern zu tun. Aber trotzdem fällt natürlich auf, dass wir ganz ähnliche Diskurskoalitionen haben, die, die gegen Covid waren, die gegen Waffenlieferungen an die Ukraine sind, die gegen die EU in der Finanzkrise waren. Das sind immer ganz ähnliche Diskurskoalitionen gewesen, die wir auch heute wiederum beobachten können. Ein Grund ist halt, dass argumentiert wird, warum sollen wir sozusagen unsere eigenen Wirtschaftswachstum, die Haushaltsressourcen etc. zur Verfügung stellen, für ein Problem, was nicht unseres ist. Das ist sozusagen Teil der kommunitaristischen Logik an der Stelle. Das dritte Merkmal ist dezisionistisch. Da wird es dann sozusagen endgültig und eindeutig autoritär, weil einfach davon ausgegangen wird, dass politische Interessen gegeben sind. Und damit kann man sich natürlich auch dieses ganze Gequatsche in Parlamenten, Wahlen, Deliberationen, öffentliche Auseinandersetzungen sparen, denn wir wissen ja, was richtig für uns ist. Das besser gesagt, nicht wir wissen es, sondern eben dann die Spitze der autoritär- populistischen Parteien. Es gibt diese sozusagen quasi charismatische Rolle dieser Leute, weil sie erkennen, was der Wille der Bevölkerung ist. Donald Trump hat dieses Spiel perfekt gespielt. Vielsagend ist ein Wahlplakat, das Strache, HC Strache, bei nicht nur österreichischen Wahl, aber mal bei einer Bürgermeisterwahl in Wien für sich aufhängen ließ und auf dem stand, er weiß, was wir wollen. Und das ist sozusagen genau die dezisionistische Haltung, die an der Stelle zum Ausdruck kommt. Und legitimiert wird sie letztendlich mit dieser Mehrheitsfiktierung. Es gibt eben diese Mehrheit und man muss das tun, was die Mehrheit will und wenn es die Mehrheit will, dann tut man es auch und dann gibt es keine Minderheitenrechte, keine Individualrechte und ähnliches mehr. Das ist dann das vierte Element, die Mehrheitsfixierung. Und dadurch werden sie Teil dieser Konfliktlinie. So und jetzt komme ich nicht mehr drum rum, jetzt muss ich doch noch was zu den Ursachen sagen, warum die eigentlich so stark geworden sind. Ich habe natürlich mit dem Begriff der Konfliktlinie schon einiges dazu gesagt. Das ist schon die Folge eines sozialstrukturellen Wandels in den westlichen Industrieländern. Das ist schon eine Folge, wenn man so will, der Globalisierung, dass diese zweite Konfliktlinie entstanden ist, die eben, wie gesagt, diese Globalisierung in gewisser Weise genauso wirkmächtig ist, wie die Industrialisierung im 19. Jahrhundert war. Aber trotzdem bleibt natürlich noch die Frage, was in dieser Konfliktlinie ist besonders wichtig. Weil eine Konfliktlinie baut sich ja zusammen darin, dass unterschiedliche Gruppen bei vielen politischen Fragen immer derselben Ansicht sind. Also die Differenz in der Gesundheitspolitik zwischen, sagen wir, sozialdemokratischer Partei und der christlich-demokratischen Partei würde man ja nie irgendwie automatisch erfassen können, ohne dass man weiß, es gibt diese Konfliktlinie, ohne dass es die Ideologie dazu gibt. Also es bündeln sich verschiedene Themen und dieselben Gruppen nehmen immer dieselben Positionen ein. Insofern sind kulturelle Themen, ökonomische Themen und politische Themen immer noch zu unterscheiden. Und an der Stelle sage ich nun, in der Tat, ja, die ökonomische Erklärung, die letztendlich sagt, es ist die wachsende Ungleichheit innerhalb der westlichen Industrieländer im Kern, der den Aufstieg des autoritären Populismus erklärt, greift etwas kurz. Er hat natürlich, sozusagen, ich will das Element nicht in Frage stellen, aber trotzdem muss man als erste Beobachtung einfach sagen, das Durchschnittseinkommen des AfD-Wählers liegt ein paar Euro über dem Durchschnittseinkommen der Bundesbürger. Also es ist sozusagen jetzt nicht die Unterschicht, die die AfD wählt. Das war anfänglich noch ein bisschen anders, aber inzwischen ist es so, dass wir an der Stelle circa auf dem Level des Durchschnittseinkommens sind. Aber viel wichtiger noch ist, in Schweden haben wir genau denselben Wähleranteil für die autoritären Populisten wie in Deutschland. Und was ich damit sagen will, es gibt enorme Varianzen im Ausmaß der Ungleichheit innerhalb der Länder und trotzdem gibt es überall die autoritären Populisten, die irgendwo 15 bis 20 Prozent Unterstützer haben. Es ist in Schweden so und das ist in der anglo-sächsischen Welt so. Man kann dann immer noch sagen, ja, es ist nicht die absolute Ungleichheit, sondern es ist die Zunahme von Ungleichheit in den letzten 20, 30 Jahren. Aber auch da stoßen wir auf Erstaunliches. Es gibt eigentlich nur drei OECD-Länder, in denen die Ungleichheit in den letzten 30 Jahren kaum oder gar nicht zugenommen hat. Das ist Frankreich, das sind die Niederlande und das ist Österreich. In diesen drei Ländern haben wir, sagen wir erstaunlicherweise, keine große Zunahme der Ungleichheit und trotzdem sind es genau die drei Länder, in denen die autoritären Populisten zuerst da waren. Also irgendwie gibt es an der Stelle Schwierigkeiten mit der Ungleichheitserklärung und das erklärt natürlich vor allem nicht und das ist ganz offensichtlich, warum sie in Türkei, in Polen und in Ungarn diese enormen Erfolge zeitigen, wo wir natürlich enorme Wachstumsschübe in den letzten 30 Jahren hatten. Die andere Erklärung ist diese kulturelle, die Backlash-Erklärung. Ja, ich versuche sie jetzt in deren Worten zu fassen, es gab halt zu viel der Liberalisierung in unseren Gesellschaften in den letzten drei Jahrzehnten. Das ging alles sehr, sehr schnell mit den ganzen Minderheiten, mit den unterschiedlichen sexuellen Orientierungen, mit der relativ, natürlich immer noch nicht auf gleicher Ebene, aber relativen Machtgewinn der Frauen und dagegen gibt es jetzt eine Gegenbewegung, eine kulturelle Gegenbewegung gegen diese Liberalisierung. Aber auch da stellen sich Fragen. Warum haben wir so starke autoritäre Populisten in Polen und in Ungarn, wo es sozusagen von dieser Liberalisierung, weiß Gott, nicht so viel gab und warum haben alle gemeinsam diese Wut gegen die internationalen Institutionen. Der internationale Währungsfonds ist mir jetzt noch nicht aufgefallen als Vorreiter der feministischen oder LPGT-Bewegung. Und trotzdem gibt es ein hohes Maß an Einigkeit, wir sind gegen die. Insofern hat auch die kulturelle Erklärung, die statistisch, rein statistisch, immer ein bisschen bessere Ergebnisse zeitigt, aber das kommt auch immer daher, dass im einen Fall suchen wir nach Strukturmerkmalen wie Einkommen und im anderen Fall fragt man Einstellungen und Einstellungen können immer besser andere Einstellungen erklären als so zu strukturelle Merkmale. Also insofern, beide erklären etwas, aber beide erklären nicht allzu viel. Insofern das Entfremdungsargument. Und ich möchte die Entfremdungsthese, die politische These, die politische Erklärung, die ich in den Mittelpunkt stellen will, die in gewisser Weise dann ja auch versuchen kann und partiell die kulturelle und vor allem die ökonomische mit integriert, möchte ich einführen, indem ich ein Zitat vorlese von Robert Dahl. Robert Dahl ist ein ganz berühmter amerikanischer Politikwissenschaftler, der bahnbrechende Werke zur Demokratietheorie geschrieben hat. Und dieser Robert Dahl hat 1965, das ist allerdings meine Übersetzung, aber ich verspreche, dass ich mich wörtlich an das Original gehalten habe, hat geschrieben, die Politik des Kompromisses, der Anpassung, der Verhandlung des Feiertelns. Eine Politik, die von professionellen und quasi professionellen Führungspersönlichkeiten betrieben wird, die nur einen kleinen Teil der gesamten Bürgerschaft ausmachen. Eine Politik, die ein Bekenntnis zu den Tugenden des Pragmatismus, der Mäßigung und des schrittweisen Wandels widerspiegelt. Eine Politik, die unideologisch und sogar anti-ideologisch ist. Viele Bürger sehen diese Form der Politik als zu abgehoben, zu bürokratisiert, zu sehr von Verhandlungen und Kompromissen abhängig und zu sehr ein Instrument der politischen Eliten. Das hat er 1965 geschrieben und damit scheint mir sozusagen der subjektive Kern der politischen Erklärung sehr klar beschrieben. Wir haben einen Prozess, in dem der Gegensatz zwischen links und rechts immer kleiner geworden ist, in der politische Eliten immer mehr aus sich selbst herausgeneriert haben und nicht mehr Repräsentanten von unterschiedlichen Klassen und Schichten der Bevölkerung waren und natürlich in Koalitionsregierungen, die natürlich zugenommen haben mit der zweiten Konfliktlinie. Der Zwang zur Koalitionsregierung wächst, wenn es zwei Konfliktlinien gibt, sagen immer mehr die Dominanz des Kompromisses. Und das ist im Prinzip die politische Erklärung, die besagt, die politischen Institutionen, die demokratischen politischen Institutionen funktionieren anders, als sie noch vor vier oder fünf Jahrzehnten funktioniert haben. Sie sind weniger gebunden an die Mehrheiten, an die Wahlen und deswegen gibt es eine Art Entfremdung von diesen demokratischen Institutionen und diese Entfremdung führt dann dazu, dass man anfängt, die Eliten als Ganzes korrupt zu betrachten und dann ist es nicht mehr weit zur Wahl von autoritären Populisten. Das heißt, es gibt sozusagen einen objektiven Hintergrund für die, wenn man so will, in Anführungszeichen, ich will das jetzt gar nicht normativ sagen, aber jetzt einfach, um es deutlich zu machen, der Verschlechterung der Demokratie. Das eine ist ein gewachsenes Repräsentationsproblem in den Parlamenten. Parlament ist ja das, was durch die Mehrheit gewählt wird, was wir wählen, wenn wir in die Wahlurne gehen. Armin Schäfer, mein Co-Autor, hat da wunderschöne Studien gemacht, die einfach hier zeigen, jetzt benutze ich doch mal den Pointer hier, ich glaube, ich lasse es. Das sind die untersten Schichten, das sind die Arbeiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn die mehrheitlich für eine bestimmte Position sind, dass das dann sich in eine politische Entscheidung im Parlament niederschlecht, ist relativ klein. Um vieles kleiner als im Mittelstand und natürlich nochmals um vieles kleiner bei der oberen Schicht. De facto ist es so, dass das Parlament nur noch dann Entscheidungen trifft, die mit den Präferenzen der unteren Schichten übereinstimmt, wenn die oberen Schichten auch für dieselbe Politik sind. Das, jetzt kann man sagen, und das ist, glaube ich, ein wichtiges Gegenargument, was man im Auge halten muss, Parlamente waren noch nie komplett repräsentativ. Ein anderer berühmter amerikanischer Politikwissenschaftler, Eric Schatzschneider, hat mal den schönen Satz formuliert, the American Congress sings with an upper class accent. Das ist natürlich in gewisser Weise immer schon richtig gewesen für Parlamente, aber wir haben auch, wie soll ich das sagen, eine habituelle Verschiebung. Die Unterschichten waren lange Zeit mit sozialdemokratischen Politikerinnen und Politikern vertreten, die erkennbar waren als Arbeiterinnen und Arbeiter. Das hat sich in gewisser Weise verändert. Es ist immer mehr die politische Klasse, die sozusagen in ihrem ganzen Habitus signalisiert, ich gehöre dazu, ich bin auch einer von denen. Nehmen wir den wirklich fantastischen Hubertus Heil, der ja nun wirklich für einen Großteil von einer von vernünftigen Sozialpolitiken der letzten 15 bis 20 Jahre verantwortlich ist. Einer, der wirklich Politik macht für die da unten. Und trotzdem bei jedem Interview aus jeder Pore spürt man das Wichtigste, was er eigentlich vermitteln will, ich bin einer von denen in Kleidung und allem. Und das unterscheidet sich natürlich von Herbert Weder, der sozusagen das nie vermitteln wollte. Auch wenn er natürlich zur politischen Klasse 1 zu 1 gehörte. Also das Habituelle spielt ja auch eine Rolle, aber es gibt auch eine reelle Basis. Wir haben einen Wandel von einer Auseinandersetzung, die zwischen Klassen, zwischen Kapital und Arbeit war, zu einem Wandel der Auseinandersetzung zwischen Gebildeten und Ungebildeten. Und genau an der Stelle wird das Parlament dann dramatisch unrepräsentativ. Aber immer noch ist das Parlament, wie das Winston Churchill mal gesagt hat, das Ding, was rauskommt, wenn der kleine Mann in die Wahlkabine geht, dann kommt ein Parlament raus. Und das ist sozusagen das zentrale Einflussinstrument für die einfachen Leute. Die Wahl und damit sozusagen die Mitbestimmung, wie sich das Parlament der Gesetzgeber zusammensetzt. Jetzt ist aber, eine Demokratie besteht nicht nur aus dem Parlament, es gibt viele andere Institutionen, die nach anderen Logiken als der Mehrheitsentscheidung agieren. Das sind die sogenannten nicht-majoritären Institutionen. Die gehören zu einer Demokratie dazu. Verfassungsgerichte, Zentralbanken, auch die europäischen Institutionen in gewisser Weise, die internationalen Institutionen, viele regulatorische Behörden. All das sind Instanzen, die wichtige Entscheidungen treffen, die immer wichtigere Entscheidungen treffen, aber nicht mehr nach der Logik der direkten Zurechenbarkeit, Accountability gegenüber den Wählerinnen und Wählern funktionieren. Sie argumentieren auch nicht, wir entscheiden hier im Namen des Volkes. Das macht keine Zentralbank oder ein Verfassungsgericht. Die sagen, es ist richtig, so zu entscheiden, damit es keine Wirtschaftskrise gibt. Es ist richtig, so zu entscheiden, weil das will das Grundgesetz so. Es ist richtig, so zu entscheiden, weil sonst Europa nicht stärker wird. Das sind die europäischen Institutionen. Also es ist vielmehr eine epistemische, eine wissensbegründete Ausübung von politischer Autorität und weniger sozusagen eine auf Mehrheiten basierende. Und der Punkt ist nun, dass diese nicht-majoritären Institutionen einfach dramatisch zugenommen haben in den letzten vier und fünf Jahrzehnten eigentlich seit der Globalisierung aber schon fast schon vorher eingestiegen ist. Rot ist ein Indikator dafür. Eine Datenbank aus Spanien, die in 16 Ländern regulatorische Behörden gemessen hat, deren Anzahl und relative Bedeutung. Links sind die internationalen Institutionen, also die die Anzahl von internationalen Organisationen, die Entscheidungen treffen können, ohne dass alle Mitgliedstaaten zustimmen. Und wir sehen in all den Ländern im Prinzip, dass beide hochgehen und zusammen natürlich nochmals dramatisch mehr. Das heißt de facto, dass die ja alle Entscheidungen treffen, dass wir eine partielle Entmachtung der Parlamente haben, weil die Gesamtmenge der Entscheidungen steigt ja nicht dramatisch an. Das heißt, die treffen Entscheidungen, die andere nicht treffen und das heißt im Kern, dass sie nationale Parlamente nicht treffen. Und damit haben wir sozusagen die Doppelproblematik der Entfremdung. Parlamente repräsentieren die Bevölkerung zumindest in deren Wahrnehmung nicht mehr in der Weise, wie das vielleicht noch vor drei oder vier Jahrzehnten der Fall war. Und Parlamente haben dann Bedeutung verloren gegenüber solchen nicht majoritären Institutionen, die zu allem Überfluss wiederum auch nicht zu Unrecht in dieser Auseinandersetzung zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen eigentlich eine gewisse Parteilichkeit aufweisen. Natürlich entscheiden sich Gerichte für die Individualrechte und nicht für die Mehrheiten. Die Zentralbanken entscheiden sich für offene Grenzen und nicht für den Protektionismus. Und die europäischen Institutionen entscheiden sich natürlich für die europäischen Institutionen und nicht für die nationalen. Also insofern gibt es sozusagen bei diesen Konfliktlinien auch immer eine gewisse Neigung der Nicht-Majoritären zugunsten der Kosmopolitischen zu argumentieren. Auch das kann man empirisch zeigen. Wir haben also insofern, wenn man so will, eine Veränderung der politischen Institutionen, der demokratischen politischen Institutionen, die weniger an die Logik der Wahl und an die Mehrheiten gebunden sind und von daher eine wachsende Demokratie und Zufriedenheit zur Folge hat. Und die kann man ganz leicht und überall zeigen. Wenn die Menschen gefragt werden, sind sie zufrieden mit unserer Demokratie, wie sie funktioniert, geht das dramatisch zurück. Wenn sie gefragt werden, glauben sie, dass die Menschen in der Regierung daran interessiert sind, was sie denken, gehen die Zahlen dramatisch zurück. Wir haben eine wachsende Unzufriedenheit mit dem konkreten Funktionieren der Demokratie in unserem Land. Daraus folgt nicht, dass die Leute nicht in einer Demokratie leben wollen, aber sie sind zunehmend unzufrieden, wie die Institutionen in unserem Land und in anderen westlichen Demokratien funktionieren. Und von dieser wachsenden Demokratieunzufriedenheit ist es dann nur noch ein kurzer Schritt zur Wahl von autoritären Populisten. Lassen Sie mich das, ich habe noch ein paar Minuten, noch mal ganz kurz zuspitzen. Das Narrativ der AfD ist klar. Politische Klasse, Lügenpresse, Systemparteien. Wenn man das im Parteiprogramm anschaut, das ist auch wirklich faszinierend, wie häufig diese Begriffe auftauchen, wie häufig immer das Abrechnen mit der versifften politischen Klasse stattfindet, wie wenig aber wirklich Politiken formuliert werden, die anders sind als die von den Mainstream-Parteien. Der gesamten Sozialpolitik merkt man keinen Unterschied. In der Wirtschaftspolitik könnte das jede andere Partei sein. Die sind natürlich etwas dramatischer in ihren Forderungen, was die Migrationspolitik anbetrifft, aber an der Stelle, wenn man jetzt nur die Parteiprogramme miteinander vergleicht, auch nicht so viel anders wie die CSU. Also was wir haben ist, dass in diesen Parteiprogrammen immer gegen das politische System geschossen wird, ohne dass tatsächlich viele andere Politiken vorgeschlagen werden. Und das spiegelt sich in gewisser Weise auch, und damit machen Sie etwas, was klug ist, weil es sich in Umfragewerten sehr deutlich niederspiegelt. Auf die Frage, das ist ein Pew-Survey, glauben Sie, dass die gewählten Offiziellen in ihrem Landessicht dafür interessieren, was Leute wie sie denken. Sagen in Deutschland immerhin noch 33 Prozent ja, was aber natürlich eine schrecklich kleine Zahl ist. Das heißt, 67 Prozent sagen, die da oben, die scheren sich nicht um das, was uns kümmert. Das ist schon dramatisch für die Stabilität einer Demokratie. Das ist in Großbritannien und in Frankreich nochmals deutlich ausgeprägter. Deswegen sind im Übrigen auch die autoritären Populisten dort in gewisser Weise stärker. So, jetzt aber die Frage Ungleichheit und kultureller Backlash. In derselben Pew-Umfrage wurde die Frage gestellt, das Ziel der Geschlechtergleichheit hat, wurde die Frage nach der Zustimmung der Geschlechtergleichheit und der Politiken, die das politische System tätigt, um die Geschlechtergleichheit herzustellen. Sagen in allen drei Länder über 90 Prozent, das ist schon okay so. Das ist gut so. Wenn man die ökonomische Unsicherheit anschaut, dann haben wir eine überwiegend mehrheitlich positive Einschätzung der ökonomischen Situation zwischen 53 und 64 Prozent in diesen drei Ländern, vor allem aber eine deutlich positivere als noch 1990. Also sozusagen die realen Politiken scheinen in vielerlei Hinsicht gar nicht das Problem zu sein, sondern es geht sozusagen um die Abrechnung mit der politischen Klasse, mit dem politischen System, mit der Lügenpresse, den Systemparteien und all dem. Wenn es um die Frage von konkreten Politiken geht, gibt es gar keine so großen offenen Differenzen. Also ich möchte nicht die Politiken sehen, wenn sie dann an der Macht sind. Aber wenn man das Parteiprogramm anschaut, ist das eigentlich schwer zu unterscheiden von anderen Parteien. Also dann ist es doch sozusagen die Frage, wie das politische System funktioniert und an der Stelle, und damit komme ich jetzt wirklich zum Schluss, ist eben das Argument, dass insbesondere die großen Krisen diese Veränderung des politischen Systems natürlich ganz besonders deutlich gemacht haben. In diesen großen Krisen ist ganz klar geworden, wie wenig eigentlich das Parlament inzwischen zu sagen hat. Wenn wir in 20 Jahren auf die großen Krisen der ersten 20 Jahre des 21. Jahrhunderts zurückschauen, dann werden wir sie mit Namen wie Tragi und Trosten verbinden. Vertreter von nicht-majoritären Institutionen, nicht mit sozusagen Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Insofern haben diese Krisen in gewisser Weise eine Lupe, ein Scheinwerferlicht auf die Veränderungen des politischen Systems geworfen, die ohnehin stattgefunden haben, aber die sozusagen in den Krisen nochmals ganz besonders deutlich geworden sind. Jetzt könnte man noch differenzieren, weil ich glaube, es ist ein wichtiger Unterschied, dass sowohl die Migrationskrise als auch die Finanzkrise unmittelbar den autoritären Populisten in die Hand gespielt hat, während das bei der Ukraine-Krise und bei der Corona-Krise etwas anders ist. Aber das ist dann vielleicht auch nochmal Stoff für die Diskussion. Für jetzt möchte ich mich einfach für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit bedanken und komme an der Stelle zum Schluss. Dankeschön. Vielen Dank, Prof. Zürn, für diesen spannenden und vielschichtigen Vortrag, der wirklich vielerlei Möglichkeiten auch für Sie bietet, in die Diskussion mit uns einzusteigen. Ja, da ist schon die erste Wortmeldung. Der Herr in der Mitte. Eine Sekunde, das Mikrofon kommt zu Ihnen. Nein, das ist wichtig, weil die Leute im Internet sie sonst nicht verstehen. Ist es nicht so, dass Politiker, die sei es an der Macht sind oder die Macht erhalten wollen, den Mainstream verfolgen und betreiben damit Populismus? Klassisches Beispiel aktuell, Frankreich. Ich glaube, die Politik, die Macron betreibt, läuft ihm schlicht entgegen. Und würde Macron diese Politik betreiben, hätte er die Möglichkeit, nochmal gewählt zu werden, was ja ausgeschlossen ist. Ja, natürlich sollten Politikerinnen und Politiker in einer Demokratie der Wiederwahl interessiert sein. Und insofern an dem, was die Leute denken. Ich weiß aber nicht, ob man das schon als populistisch bezeichnen sollte. Ja, ja. Insofern ist es so, dass Macron im Moment Dinge tut, die nicht populär sind und von daher erhebliche Widerstände sieht. Ich lese Ihre Frage jetzt so, dass Sie sagen, würde er das auch wagen zu tun, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass er wiedergewählt werden würde. Eine schwierige Frage. Ich glaube, Macron ist überzeugt davon, dass die Rentenreform in Frankreich notwendig ist. Ich denke, er hat es schon mal versucht, die Gelb-Westen-Bewegung, die ja auch ein schönes Beispiel für die Verbindung von links- und rechtsautoritären Bewegungen sind, haben sich damals dagegen gestemmt und haben gesiegt in einer Situation, wo er dann eben nachgeben musste. Jetzt kann man sagen, wenn er jetzt nicht nachgibt, dann ist das der Unterschied zu dem vorher. Aber sozusagen, dass er diese Überzeugung hat und bereit ist, hohe Kosten in Kauf zu nehmen, um diese Politik durchzusetzen, die würde ich ihm schon zuschreiben. Das läuft darauf hinaus, ja. Also die aktuellen Umfragewerte, die Tendenz gehen eindeutig in Richtung Le Pen bzw. Nachfolger. Das ist ein hoher Preis, den er riskiert. Ja, ja, der Preis ist hoch, ganz klar. Die Frage ist, warum, ich glaube, die andere Frage ist, warum er alleine ist im politischen Umfeld, im Vertreten dieser Position, wo ich jetzt sozusagen, ohne dass ich Ökonom bin, ein hohes Maß an Plausibilität sehe, dass angesichts der Geburtenrate in Frankreich und angesichts der Altersstrukturen es sehr, sehr schwer sein wird, nichts an dem Rentensystem zu ändern. Aber da muss ich jetzt auch dazu sagen, da bin ich jetzt relativ weit weg. Mein Eindruck ist, dass da gewisse Maßnahmen notwendig sind und dass er der Überzeugung ist, dass das zu tun ist, um sozusagen eine Spaltung, die dann in 10 oder 15 Jahren ohnehin kommt, aufgrund der Schwierigkeiten, die sozusagen das Hineinlaufen in die Finanzkrise der Rentenkassen bedeuten würde. Aber das ist dann schwer zu sagen, was ihn jetzt genau treibt. Sie hatten angeführt, dass die Menschen in einem Land sich nicht unbedingt durch die Politik vertreten fühlen. Würden Sie da übereinstimmen, dass es auch an der Politik liegt, weil sie ihr Handeln nicht erklärt? Sie sprachen gerade von Krisen auch, wo in Krisen die Menschen nicht mehr verstehen, was da passiert. Und ich denke manchmal, warum überlässt man den Medien, Dinge zu formulieren? Und warum sagt ein Kanzler oder eine Kanzlerin nicht alle 14 Tage in der ARD so ein Superbrennpunkt? Das haben wir erkannt, das werden wir tun, das haben wir noch nicht getan, weil... Und das werden wir noch tun. Warum erklärt man den Menschen nicht, was man tut und warum man etwas nicht tut? Ich bin der Meinung, da fühlen sich die Menschen alleingelassen und das könnte man eigentlich leicht ändern. Ich gebe Ihnen schon recht, dass sowohl der jetzige Kanzler als auch seine Vorgängerin nicht gerade Helden oder Heldinnen in der öffentlichen Präsentation und im Erklären waren. Und das spielt eine Rolle, da bin ich mir ziemlich sicher. Wir haben Fälle, wo das Erklären ganz gut funktioniert, beispielsweise mit der neuseeländischen Premierministerin hatten wir einen solchen Fall. Es gibt immer wieder Politikerinnen und Politiker, die das recht gut machen. Und das zeigt sich dann auch in sozusagen den Umfragewerten und auch in den Demokratiezufriedenheitswerten. Aber das sind natürlich dann immer relativ kurzfristige Sachen. Dahinter stecken schon strukturelle Veränderungen, die dafür Sorge tragen, dass wir eigentlich in all diesen Ländern ganz unabhängig davon, wie gut oder schlecht die Erklärungskraft der jeweiligen Regierung ist, diese Tendenzen beobachten, diese Tendenzen der Zunahme einer Konfliktlinie, die relativen Erfolge der autoritären Populisten und die abnehmende Demokratiezufriedenheit. Ich will damit nur sagen, es ist beides. Es ist natürlich der Aspekt, den Sie benennen, aber es gibt auch sozusagen strukturelle Entwicklungen, die die Probleme mit hervorrufen. Die wären weniger groß, wenn immer alles gut erklärt werden würde. Da haben Sie schon recht. So, jetzt kommt der Herr oder die Dame, weiß ich nicht genau, aus dem Internet, jedenfalls namens Schmidt, zur Geltung. Die Frage lautet, was können wir denn zur Stärkung der Demokratie und damit als Zivilgesellschaft gegen den Populismus machen? Also wenn man Demokrat ist, dann glaube ich, kann die Antwort nur lauten, die Demokratie stärken. Und das heißt, sich einerseits natürlich in Rechnung zu stellen, dass die Veränderungen, etwa die Stärkung der nicht-majoritären der europäischen und internationalen Institutionen, nicht einfach zurückgedreht werden können, wenn man wieder alles den nationalen Parlamenten überlassen kann. Wir haben eine Klimakrise und das kann nicht durch das deutsche nationale Parlament geregelt werden. Wir brauchen die internationalen Institutionen, um die Finanzkrisen eindämmen zu können, um die Klimakrise bewältigen zu können, um überhaupt noch Mittel und Vereinbarungen zu finden, dass die digitalen Giganten Steuern zahlen und vieles mehr. Es ist zwingend notwendig zu sein, diese internationalen Institutionen aufrechtzuerhalten. Aber man muss sie eben, wenn man so will, demokratisieren. Demokratisieren kann jetzt nicht von heute oder morgen heißen, dass man alle internationalen Institutionen Generalsekretäre wählt, aber sie eben sozusagen öffnen für den politischen Prozess. Das heißt auch, dass Parlamente internationaler werden. Ich meine, wer geht schon in den Auswärtigen Ausschuss, wer geht in irgendwelche Themen, die internationalen sind. Wir müssen sozusagen die internationalen Debatten hineintragen, auch in die Parlamente und in die öffentlichen Diskussionen. Da kommt genau sozusagen der Mechanismus zum Zuge, den Sie auch angesprochen haben. Angela Merkel war sicherlich jemand, die ganz fraglos enorme Erfolge auf dem europäischen Parkett bei Verhandlungen hatte. Aber dann ist sie nach Hause gekommen und hat gesagt, jetzt diskutieren wir nicht darüber. Da muss man auch sozusagen jetzt sich wirklich dafür einsetzen und sozusagen die europäische Flanke und die europäische Position offen und mit offenem Visier vertreten gegen diejenigen, die gegen die europäischen Politiken sind. Also insofern Demokratisierung der internationalen und europäischen Institutionen. Ich glaube auch, dass die nationalen, nicht majoritären Institutionen, die können natürlich nicht demokratisiert werden, weil ihr Prinzip ist, dass nicht die Mehrheit entscheidet. Die Logik des Verfassungsgerichtes ist, sie soll die Grundpfeiler schützen vor der Mehrheit, die notwendig sind, damit eine Mehrheit demokratisch agieren kann. Aber trotzdem hat sich vielleicht im Laufe der Zeit auch unbemerkt ein Ungleichgewicht ergeben. Wenn man in Berlin sitzt wie ich und dann ab und zu ins Parlament eingeladen wird für irgendwelche Expertenanhörungen, dann merkt man, es gibt keine Entscheidung des Parlaments, welches nicht fünf, sechs, sieben Expertenrunden durchläuft und durchgeht. Haben Sie schon mal gehört, dass eine Zentralbank oder ein Verfassungsgericht einfach mal Menschen konsultiert hat, die nicht Rechtsexperten oder Ökonomieexperten sind? Also auch dort könnte man solche Institutionen, ohne dass sie ihren Entscheidungsmodus ändern, der bleibt derselbe. Aber dass sie zumindest mal sozusagen Anhörungskonsultationsverfahren gegenüber der Bevölkerung haben, genauso wie die Mehrheitsentscheider, die Parlamentarier, die Experten anhören, konnten ja die Experten auch mal die Bevölkerung anhören, bevor sie ihre expertokratisch begründete Entscheidung treffen. Also in diesem Sinne würde die Antwort schon heißen, wieder mehr Demokratie wagen. Und die Antwort von Willy Brandt ist insofern aktueller denn je. Ich sehe keinen anderen Ausweg. Die Antwort kann nicht Renationalisierung sein. Die Antwort kann nicht sein, dass man irgendwelche hedionistischen, plebiszitären Verfahren permanent laufen hat. Das kann der Komplexität der Welt, in der wir leben, die eben durch die Globalisierung um vieles komplexer geworden ist. Sie ist vielschichtiger geworden und das ist auch nicht mehr alles zurückdrehbar. Ja, insofern müssen wir die demokratischen Institutionen anpassen an diese Situation. Das wäre die Antwort auf diese Frage. Darf ich nochmal zurückkommen auf den Begriff Demokratie, auf die Problematik der zurückgehenden Demokratien? Ich glaube, es gibt noch 50. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, haben Sie die USA unter der Ägide Trump nicht mehr zu Demokratien gezählt. Machen Sie das auch fest an der zu dieser Zeit nicht mehr funktionierenden, zur nicht mehr funktionierenden Gewaltenteilung? Supreme Court zum Beispiel. Und als kleine Zusatzfrage, wie schätzen Sie die Ukraine ein? Ich denke, Demokratie geht auch nur, wenn man Verfassung und Grundrechte respektiert. Und in der Ukraine ist aktuell das Recht auf freie Meinungsäußerung, Meinungsbildung, Vielfalt von Medien gestört. Also die Frage, Demokratie oder nicht Demokratie, ist glaube ich nicht eine, die man binär mit Ja oder Nein immer beantworten kann. Es gibt nicht die absolute Demokratie, wo man sagt, das ist es und damit passt da. Ich würde immer sagen, wenn irgendeine Regierung von sich selbst behauptet, dass die Demokratie komplett realisiert worden ist, dann weiß ich sicher, dass es keine Demokratie mehr ist. Insofern haben wir an der Stelle immer ein Kontinuum und irgendwo beliebige Schwellenwerte, die gewählt werden müssen. Ich habe mich jetzt sozusagen in den Daten, die ich hier an die Wand geworfen habe, auf Daten aus Göteborg, ein Riesenprojekt, wo wiederum Expertinnen und Experten über 70 oder 80 pro Land immer nach unterschiedlichen Indikatoren befragt werden und daraus entstehen dann diese Werte. Gemäß diesen Werten ist, und dann legen wir einen Schwellenwert an, der bei 0,5 liegt, also am Ende kann rauskommen 0,0 oder 1,0. Am nächsten dran an 1,0 sind im Prinzip die skandinavischen Länder mit 0,9 oder so und dann gibt es natürlich Bürgerkriegsländer, wo man sozusagen nahe bei 0,0 ist. Die legen dann den Schwellenwert 0,5 an und der ist jetzt wichtig. Auch die USA unter Trump ist nie in die Nähe von 0,5 gekommen, sondern ist dann auf 0,7 oder sowas abgerutscht und ist insofern von denen immer noch als Demokratie eingestuft worden. Man kann ja nun, wie soll ich das sagen, die Art und Weise, also nicht, dass ich das jetzt begrüßen würde, was Trump mit dem Supreme Court gemacht hat, aber es ist natürlich was anderes als das, was in Polen und in Ungarn mit dem Rechtssystem passiert. Ich meine, er hat nur sozusagen eine Praxis, die sich eingeschliffen hat im politischen System, von allen immer genutzt worden ist, nämlich, dass die Richter parteilich bestimmt werden, ziemlich extrem weitergetrieben und insofern auch nicht offen jetzt sozusagen die Gewaltenteilung in den USA angegriffen in seiner Amtszeit. Also, die USA sind da drüber geblieben. Es gab einige Indikatoren, die deutlich schlechter geworden sind, aber sie sind drüber geblieben. Und bei Ukraine ist es so, dass wir, ich glaube, das ist wichtig, dass wir zufällig, das ist natürlich zufällig, aber trotzdem wichtig, zufällig, ein oder zwei Jahre bevor dieser Krieg jetzt begann, hatten sie zum ersten Mal seit langem die 0,5 überschritten. Es war ein sich demokratisierendes Land. Und das ist aus meiner Sicht eben dann doch auch eine der Kriegsursachen gewesen. Putin hat irgendwie leben können, wenn ein Land wie die Ukraine damit leben können, wenn es dort westlichen Einfluss gibt und auch westlichen Militäreinfluss. Aber sozusagen im russischen Reich eine Demokratie, das ist sozusagen zur eigenen Herrschaftsgefährdung geworden. Insofern ist der Demokratisierungsprozess, den die Daten von Wiedem für die Ukraine bis vor dem Ausbruch des Krieges zeigen, möglicherweise relevant für den Kriegsausbruch. Dass dann in einer Kriegssituation Demokratie ein schweres Geschäft ist, das ist bekannt, das ist klar. Und das hat natürlich auch für Großbritannien und USA während des Zweiten Weltkriegs gegolten. Also da möchte ich jetzt nicht den Stab brechen und sagen, dass wenn da jetzt so ein paar Werte wieder runtergegangen sind, dass das etwas ist, was man jetzt als hochproblematisch ansehen muss. So, wir scheinen keine weiteren Fragen mehr zu haben. Dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für wirklich den vielschichtigen und auch mit einer komplexen Fragestellung konfrontierenden Themenstellung. Und ich finde, dass diese ganzen Facetten, um die es hier geht, sind ja auch sehr plausibel in ihrer Kausalität deutlich gemacht worden. Letztendliche Wahrheiten konnten wir natürlich nicht bekommen. Aber dann wäre der gute Professor Zürn wahrscheinlich heute Abend auch nicht bei uns, sondern würde irgendwo auf dem Olymp der Wissenschaft Platz nehmen. Also da müssen wir uns noch etwas gedulden. Und das Thema, das ist nun mal leider so, wird uns erhalten bleiben. Wer jetzt sich noch weiter informieren will, der hat auch die Möglichkeit, weil die Buchhandlung St. Johann hat das dazu passende Buch von Professor Zürn hier dabei. Und das kann man dann erwerben. Und unser Gast wird natürlich auch das Buch gerne signieren, wenn es denn gewünscht ist. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und darf Sie wie immer ganz herzlich zum kleinen Umdruck unten im Foyer einladen. Vielen Dank. Applaus – Also das muss man aufhören. – Vielen Dank.